Blumenohr, Erklärungen und Gedichte So heißt auf Deutsch, das 2000 in Stockholm bei Neustadt publizierte zweite Buch von Friedrich Nieberg, den 1968 geborenen schwedischen Schriftsteller und Dozenten für literarische Gestaltung an der Universität Göteborg. Leider ist bisher keiner seiner zehn Wände auf Deutsch erschienen. Doch aus Blumenohr hat Klaus Jung Liedtke den Prolog und sechs Gedichte für Lyriklein übertragen. Die Auswahl gibt einen prägnanten Einblick in den dichterischen Ansatz Niebergs in diesem Band, der zahlreiche Bezüge auf die Kultur- und Literaturgeschichte, insbesondere auf den schwedischen Naturforscher Karl von Lenné und den US-amerikanischen Dichter John Ashbery, mit Reflexionen über die Vergänglichkeit der Natur und das eigene Älterwerden verpflichtet. Die von Liedtke übersetzten Gedichte aus Blumenohr tragen lateinische Pflanzennamen, die wie im originalen Gedichtband in alphabetischer Reihenfolge angeführt werden. Die lehrischen Texte heben die organischen und materiellen Gemeinsamkeiten von Natur und Menschen hervor, vermittelt über die Art und Weise, wie die Kultur und die Naturwissenschaft sich diese Gemeinsamkeiten vorstellt. Die Näs Blumenohr, die in Uppsala angepflanzt wurde, bestand aus einem runden Beet von Blumen, deren Aufblühen zu unterschiedlichen Tageszeiten im Uhrzeigersinn die fortschreitende Zeit anzeigte. Niebergs lirische Blumenohr folgt jedoch nicht der Ordnung der Zeit, sondern der alphabetischen Anordnung der Pflanzennamen in Linnés Spezies Plantare, dem 1753 erstmals publizierten Verzeichnis aller damals Linné bekannten Namen. Auf diese Weise denaturalisiert Nieberg den von Linné postulierten Zusammenhang zwischen der Blütezeit von Pflanzen und der Urzeit des Menschen. Zwischen den Pflanzentiteln und den Inhalten der Gedichte werden mannigfaltige biologische und kulturelle Verbindungen gezogen. Manchmal wird die Jahreszeit thematisiert, in der eine Pflanze blüht, mal ruft ein Pflanzenname Assoziationen auf. Durch sämtliche Gedichte hindurch zieht sich die Geschichte des Sprechers, der seine seelischen und körperlichen, gegenwärtigen und vergangenen Leiden beschreibt. Das auf dem Prolog folgende erste Blumengedicht auf Lyriklein trägt den Titel Galantus. Wir hören das Gedicht über die Gattung der Schneeglöckchen gelesen von Nieberg und lesen es in Lidges Übersetzung. Galantus Diagonaler Doften av klor Jag måste ha sovit för jag vaknar Huvudet och nacken är ännu en erfarenhet Februari Fåglarna väger nästan ingenting I ett grönområde Alldeles i närheten av Vasaplatsen Finns det ett träd Man kan se det från spårvagnen Vars kraftiga grenar tycks träva nedåt mot marken Jag måste alltid vara den som tröstas Das Gedicht beschreibt einen Moment des Erwachens Vielleicht aus einer Betäubung nach einer Operation Erst wird gesehen, diagonalen, dann gerochen, chlor Und körperlich erfahren, Kopf und Nacken Das Ich ist pflanzenartig still, selbst wenn es Straßenbahn fährt Es erblickt aus der Straßenbahn einen Baum Dessen kräftige Äste scheinbar nach unten in die Erde streben Vielleicht wie bei einer Trauerweide Und das Ich denkt daran, dass es stets der Zutröstende sein muss Es ist als Versuche Nieberg die Pflanzenwelt Von Linnés naturwissenschaftlicher Kategorisierung Für die menschliche Erfahrungswelt wiederzugewinnen Das Ich imitiert die Bewegung des Schneeglöckchens Das seinen Kopf aus der Schneedecke steckt Und erkennt in nach unten zeigenden Ästen menschliche Gefühle Der Prolog von Niebergs Blumen und Vergänglichkeitslyrik Lässt sich als deren Poetologie verstehen Wir hören und lesen den Prolog Prolog Jag blir bara äldre Ditt huvud är överdrivet, ljust och stilla Om Europas historia är sann Vill jag lära mig den som man lär sig en sång Idag när jag skulle gå ut för att köpa chips och kyckling Luktade trapphuset halt av såpa På Hotel L'Entre Meaux rör sig utsagorna hela tiden uppåt genom stroferna Du torkar pannan med en ros och rekommenderar dess törnen Wir lesen scheinbar autobiografische Aussagen Über das Älterwerden des Sprechers Und über sein Herabsteigen einer Treppe Um Chips und Hähnchen zu besorgen Diesen eher prosaischen Aussagen Folgen einer Anspielung auf John Ashbery's Ballade Hotel L'Otriamo Und ein Zitat daraus Die helfen, den Prolog zu entschlüsseln Ashbery bezieht sich mit dem Titel Hotel L'Otriamo auf den Comte de L'Otriamo Wie sich Isidore Lucien Ducasse nannte Der bei der Belagerung von Paris Im Winter 1870 durch die Deutschen In einem Hotel an einer Krankheit Jung verstarb Ducasse ist bekannt Für seine Gesänge des Maldoraux Die mit ihrer Darstellung Albtraumhafter Grausamkeiten Die Surrealisten inspirierten Und die ihrerseits unter anderem Von Baudelaire's Gedichtband Blumen des Bösen inspiriert wurden Eine böse Blume ist auch Ashbery's Dornenbesetzte Rose Mit der ein Du sich die Stirn wischt Und die Niewerksprolog zitiert In Ashbery's Gedicht wird der Vers Von der vorletzten zur letzten Strophe wiederholt Wobei er eine Zeile weiter nach oben rückt Die Struktur wiederholter aufsteigender Verse Die Ashbery's Ballade insgesamt bestimmt Erwähnt Nieberg in dem Satz Im Hotel L'Otriamo Bewegen sich die Aussagen die ganze Zeit Strophen aufwärts In Ashbery's Gedicht geht ein Wir hinaus ins Offene Als stiege es eine Treppe hinauf Erst spricht dieses Wir die Hoffnung aus Die Patz-Situation, the Stand-off Der Geschichte zu beenden Mit dem Stand-off der Geschichte Ist vielleicht gemeint Dass die Zeit im Fortschreiten Die Lebewesen als Geisel nimmt Und ihnen das Leben abpresst It was their choice after all That spurred us to feats of the imagination Now, silently, as one mounts a stair We emerge into the open And in so doing Deprive time of further hostages To end the stand of that history Long ago began In der folgenden Strophe In der der Treppenvers Eine Stufe nach oben steigt Wird diese Hoffnung aufgegeben Das Vorrücken der Zeit Lässt sich ebenso wenig aufhalten Wie das Aufrücken der Verse Müssen wir, fragt der Sprecher Um die Patz-Situation der Geschichte zu beenden Immer weiter drängen In die Perversität? Now, silently, as one mounts a stair We emerge into the open But it is shrouded, veiled We must have made some ghastly error To end the stand of that history Long ago began Must we thrust ever onward Into perversity? Die Treppe in Niebergs Prolog Der acht Jahre nach Ashbury's Hotel Le Trianon erschien Ist keine Metapher Und die Treppe führt kein wie ins Offene Sondern sie bringt ganz prosage Ein alterndes Ich zu Chips und Hähnchen Während laut Ashbury Balladen von der Gesellschaft Bewusst geschaffen werden Research has shown that ballads were produced by all of society Erklärt Niebergs Sprecher Er wolle die Geschichte Europas wie eine Ballade, wie ein Lied singen Wenn sie denn wahr sei Wenn die Geschichte Europas wahr ist, so will ich sie lernen Wie man ein Lied auswendig lernt Balladen, beziehungsweise Lieder Sind bei Nieberg Ausdruck von wahrer Geschichte Nicht wie bei Ashbury eine soziale Konstruktion Doch hält Nieberg die Geschichte Europas für wahr? Sind seine Gedichte in Blumenuhr Lieder über diese wahre Geschichte? Es sind zumindest beim Lesen klingende Gebilde über die Geschichte der europäischen Pflanzenkunde Und über die Geschichte eines diese Kunde erzählenden, welkenden Ich Bうん Wie man sieht das für heute Vielen Dank.